Hallo, hallo! Kennst du das? Spiegellose Kamera, Digitalkamera, in diesem Fall hier eine Alpha 77 II von Sony. Und naja, du verwendest den Sucher, der an der Kamera integriert ist, das ist ein digitaler Sucher. Und du willst zum Beispiel im Studio oder bei schlechten Lichtumgebungen fotografieren und naja, das Sucherbild ist einfach dunkel oder schwarz. Hatte ich jetzt auch ein paar Mal, habe in einem Dachboden fotografiert oder einfach so Langzeitbelichtungen im Freien gemacht. Und das war einfach nervig. Wenn man Kameras gewohnt ist mit optischem Sucher, also keinem digitalen oder Penta Prisma oder sonst irgendetwas, ist das einfach, wie soll ich sagen, lästig störend. Man sieht einfach nicht, was man fotografiert. Kleine Abhilfe, das ist einfach der Live View Modus. Den gibt es hier in zwei Einstellungen, zumindest hier bei dieser Sony. Ansonsten zieh dir bitte dein Handbuch von deiner Kamera durch oder sieh bitte in deinem Handbuch von deiner Kamera nach. Und zwar, dieser Live View Modus hat zwei Einstellungen. Einmal, so wie die Kameraeinstellungen sind, zum Beispiel Studiofotografie, ISO 200, 125 Verschlusszeit und Blende 11, keine Ahnung. Dann ist das einfach zappenduster oder die Kamera oder das Sucherbild zeigt dir an, so wie du es als Mensch, als Betrachter einfach siehst. Ich habe gerne diesen Live View Modus aus, denn ich will ja den Bildausschnitt wählen und so weiter und sehe ja dann, wenn ich den Auslöser gedrückt habe, wie das Bild dann final aussieht. Ich hoffe, das hat dir ein wenig geholfen. In diesem Sinne, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.